Georg? Guck mal, komm her. Guck mal, hängst du noch? Hier hängt die Karte noch. Oh Mann, Wahnsinn. Regel Nummer eins. Die Reise beginnt am Brunnen des Marktplatzes von Löching und endet, wenn die Teilnehmer am Timmlaufer Strand in die Ostsee pinkeln. Regel Nummer zwei. Die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer drei. Die Teilnehmer verpflichten sich, während der Reise zu trinken, Drogen zu nehmen, Sex zu haben, eine Arschbombe vorm 10-Meter-Turm zu machen, Sex zu haben. Die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen. Ja. Was ist deine Idee? Das war deine. Ein 20-Meter-Wheely-Hang abwärts zu machen. Eine schlafende Kuh umstoßen. Und das? Das war meine. Die finde ich eigentlich noch ziemlich gut. Gibt's die Mofas eigentlich noch? So된 doro ist ein 20-Meter-Hang. Moșificar! Baus! Noah- говорou Harald Oh shine.